Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir schauen jetzt mal einfach hier in den Item Shop rein, was da aktuelle Sache ist. Hier haben wir nach wie vor den Heyman, den habe ich ja bereits gestern bewertet, und den Straw Ops. Wir können jetzt allerdings mal schauen, in der Zwischenzeit sind wahrscheinlich schon Bewertungen da. Ja, wir können mal ganz kurz gucken, wie allgemein die Stimmung dazu ist zum Heyman. 4,6 von 5 bei 5 Votes. Nice. Und dann haben wir nochmal den hier, den Straw Ops, und da haben wir auch, naja, haben wir 3 von 5. Also Straw Ops kam jetzt nicht so gut bei euch an wie der andere. So, das wäre das. Dann gehen wir mal in den Harvester rein, mal schauen, wie es da mit den Bewertungen aussieht. So, und hier seid ihr auch, also ich fand die ja auch nicht so schlecht. 4 von 5. Okay. Und dann hier bin ich jetzt mal gespannt bei dem Field Wraith. Ja, das ist ähnlich, wie ich das sehe. 4,25 von 5. Ich fand den auch richtig nice, den Field Wraith. So, dann sind wir jetzt hier auch schon durch. Und jetzt kommt der neue Emote. Habe ich ja in dem anderen Video die Streamers Reaction dazu eingeblendet. Und dann gucken wir mal. Das ziehen wir uns jetzt mal rein, das Ding. So, jetzt mache ich jetzt mal ein bisschen. Und dann geht's com ein bisschen weiter. So, dann steigen wir uns jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dem gebe ich jetzt mal, dem gebe ich 5 von 10, mehr kann ich ihm leider nicht geben, sorry, aber 5 von 10, das muss reichen. So, und dann gucken wir mal, Monika, 2,5 von 5 bei 25 Votes, also auch ziemlich mittig. Dann haben wir hier den Tidy. Ja, und der Tidy ist ein ganz smooth, relaxter Emote. Und das, ich finde den richtig nice, gechillt, ee, ee, ee. Deswegen gebe ich dem Ding auch 7 von 10. Und da ist die Bewertung 4,6. Ja, bei 3 Votes. Dann haben wir den Icebreaker. Und da gehen ja die Meinungen stark auseinander. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ich gebe dem nach wie vor nicht so eine hohe Bewertung, keine Ahnung, 4 oder 5 von 10. Und beim Icebreaker, ja, wobei, ist ja auch hier 3,67, ist auch relativ durchwachsen, 9 Votes. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt, passt in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News mit mir, dem wir dann gleich oder Fortnite Action mit dem wir dann sofort machen. Bis dann und tschüss.